Hi, ich bin's, David, der Doktor Rand. Tag Nummer 3 der Bildungsräume ist vorbei und das Gebäude hier hinter mir ist übrigens der Veranstaltungsort, die TU Chemnitz. Ein schönes, altes Gebäude. Und heute war die zweite Poster-Session. Das heißt, ich hatte heute wieder Zeit, meine Poster vorzustellen. Habe ich mit Leuten darüber unterhalten, die gestern noch nicht da waren. Und auch heute habe ich wieder viel Feedback bekommen, positives Feedback. Und auch sehr viele Anregungen und Inspirationen, was ich mir noch an wissenschaftlichen Quellen anschauen sollte, wo ich weiter recherchieren kann, dass mein Vorhaben besser fundiert wird. Und außerdem hatte ich heute zwischendurch mal Zeit, mit meinesgleichen zu sprechen. Also mit Doktoranden und Doktorandinnen von anderen Hochschulen, von anderen Universitäten, die sich vor sehr ähnlichen Problemen sehen wie ich, wenn es darum geht, wie formuliere ich eine Forschungsfrage, wie finde ich gute Literatur, wie ist das so überhaupt als Doktorand mit all den Pflichten, die man da noch hat. Das war, ich möchte nicht sagen erfrischend, aber zumindest erleichternd, weil ich bin offensichtlich nicht alleine in dieser Welt. Und letzten Endes ist auch das, was ich mit dem hier, was ich gerade mache, erreichen will. Ich will ein bisschen in den Austausch treten mit Menschen, denen es genauso geht wie mir. Also mit anderen Doktoranden und Doktorandinnen. Das heißt, wenn du so jemand bist, schreib gerne die Kommentare, folge mir auf Twitter, auf Facebook, schreib mir E-Mails. Und ich bin da gerne bereit, Erfahrungen auszutauschen. Und heute Abend geht es dann weiter mit der Konferenz, allerdings mit dem gemütlichen Teil, nämlich mit dem sogenannten Socializing Dinner. Auch da werde ich bestimmt noch mal einige Kontakte knüpfen, viele Visitenkarten einsammeln und hoffentlich entstehen daraus, ja, vielleicht sogar Freundschaften und wertvolle Beziehungen. In diesem Sinne, morgen ist der letzte Tag der Bildungsräume. Da gibt es noch mal ein kurzes Video von mir und dann verabschiede ich mich erst mal in eine Pause, weil ich muss den ganzen Input erst mal verarbeiten. Es war bis jetzt schon wahnsinnig viel, was ich gerne lesen will aus den Tagungsbeiträgen, die inzwischen beide online sind. Die verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Und von daher muss ich da erst mal meine Gedanken ein bisschen sortieren und melde mich dann auf jeden Fall irgendwann im Verlauf der nächsten, in den nächsten ein oder zwei Wochen. Mit einem Gesamtresümee dieser Konferenz. In diesem Sinne, morgen gibt es noch mal ein kurzes Video und dann kurze Pause, dann längeres Video. Bis dahin, ciao.